Kauftipps für PC-Hardware Part Gehäuse In dieser Videoreihe will ich dir Tipps geben, wie du deine PC-Komponenten richtig auswählst. Speicher dir also schon mal das Video ab und mach das Plus weg, wenn du die weiteren Parts nicht verpassen möchtest. Das Schlagwort für das richtige PC-Gehäuse ist der Airflow. Kauft euch also bitte niemals ein Gehäuse, wo die Front komplett aus Glas und zu ist. Bei dem Lien-Li-Gehäuse ist es was anderes, da wird die Luft von der Seite und von unten angesaugt. Aber bei allen anderen Gehäusen solltet ihr darauf achten, dass vorne eine Mesh-Front eingebaut ist.